Hallöchen und Herzlich Willkommen zu Lego City Unaccounted Chase Begins Ja, Part 2 So, wieder an der gleiche Stelle Ich habe das Game verlassen und musste erstmal wieder ein bisschen spielen Aber natürlich nach dem Donuts Nein, Donuts muss ich nicht mehr machen, ja Sorry So Ja, hör auf, so Flan Ist ja gut, ich finde hier einen Köhler Habe ich gerade Köhler gesagt? Naja Ja, ich weiß schon wo Man kann ja nicht springen Da Ehm, bis zum Da muss ich jetzt nachdenken Ja, Knochen, toll Ja, Knochen, toll Und? So, jetzt mal? Ja, ist auch ein bisschen klein, finde ich jetzt Weil ich hier schon längst so bei mir Ich bin schon an der Apollo Und so Aber hier unten auf dem Taschen kann ich auf so ein Ding drücken Äh, ich habe schon fast alle Charaktere Zwei fehlen mir noch Zack Ah ja, so doof kann man auch sein Ja, ich kann nicht kappen Ja, ich kann nicht kappen Kappen konnte ich gut bei Dem Handy So Dem Handy Also hier seht man mal Konstruktion Fürs Mikro Ja, ganz schlecht Ich habe mich noch mal gesehen Kommt vor der Rumbaume Wie der Chase sich da verrenkt Und so wie es knacken Ups, jetzt habe ich mir noch ein Mikro weggedreht Ja So Die erste Folge muss Wird bei euch um Oh 15 Uhr 30 So circa Und sein Hä Wir sind im Kreis gelaufen Tatsächlich Ich bin im Kreis gelaufen Also Ja, da ein T-Shirt Hochinteressant Ja, ich spreche hier auch Bisschen So ins Mikro rein Das weiß ich Ich habe hier sogar noch Licht Dass ich reinmachen kann Falls ich mal schnell Und wer was gucken muss Na gut Ist nicht besser? So Äh, ja An der Stelle Wollte ich mal kurz sagen Halber kurz nach der Fresse Dann sehen wir uns gleich Okay Vielen Dank. So, da bin ich wieder. Ja, ich habe mich versucht zu malen, weil ich wollte mit dieser Schere eine Mute-Konstruktion machen. Weil, wenn ich hier auf so einen Knopf drücke, kann ich mich muten. Ich habe gerade reingekommen. Ich mache mal weiter. Wir wollen ja nicht stundenlang hier auf das Nü-Stahm. Gingkratze. In welche Richtung jetzt am besten weiter? Auf der Karte. Okay, ich muss wieder runter. Hier. Ich habe gerade auf der Karte geguckt, wo ich hin muss. Äh, mein Wagen steht natürlich hier vorne. Ich habe ihn ja eigentlich hier oben geparkt, sodass ich eigentlich hier einsteigen hätte können. Einsteigen hätte können. Aber ich glaube, das hängt damit zusammen, dass es vorhin war. Und jetzt nicht mehr vorhin ist. Ampel kaputt fahren. Na, da war ich auch zu Fuß eigentlich, aber naja. Und da, muss ich mal kurz. Und da, muss ich mal kurz. Und da, muss ich mal kurz. Und da, muss ich mal kurz hinrücken. Immer wieder richtig hinrücken. So. Habt ihr das gerade gesehen? Vor so einem... Ja. Ich habe gerade auch mal die Uhrzeit gesehen. Also, ich lasse nochmal den Dialog sehen. Und meine Karre ist weg. Diebstahl in Lego City. Auf meinem Y-T-Kanal... Äh... Heute wird... Natürlich... Nicht... Äh... 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 Aber auf meinem Miverse-Channel... Habe ich... Habe ich... Äh... Was haben wir hier? Achso, okay. Das ist das. Genau, das geht jetzt... Genau, das geht jetzt weiter mit der Story. Da, Pool. Ja, Bewegung... Also, Gyro kann ich dafür jetzt nicht nutzen. Ich muss den... Stick nutzen. So, jetzt... So, jetzt... Äh... Wartet. So, ich muss kurz niesen. Ich will kurz die Ton weg. Nach 5000 Euro Pumpe können wir einfach mal töten. Da, put mal... Manin wired, put relax. Und machos. So, da, wieder amuskulst. einfach mal relaxen ja da geht's hoch ich glaube wir freuen jetzt noch diesen köter dann beschaffen noch wieder voll den konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen zack so den külern noch külter noch rein so ich muss mich allerdings einmal lustig so Prozent müssen hin er ist nicht nur ich frau ich mal die Ampel kaputt er hat immer noch gut was sind jetzt wer auf warum zu ich halber nicht rum ich bin ja was soll ich machen was soll ich zurück zur Wache ja ja aber jetzt sind ja nicht ach wir müssen da hoch ja so würde ich sagen starte ich die Mission schnell ich glaube die Grafik ist Rattung-Dolker ja so hier ist die unsere Chefin die ließen starte Stein um Stein genau heißt die heißt diese Mission und er ist die Repo ne ok dann danke euch fürs Zuschauen und sage euch schon mal tschüss und bis zum nächsten Mal super schnell sind übrigens normale Steine die haben eine andere Währung ja gut ich würde sagen ein paar haben eigentlich schon genug aber danke nein das haben wir noch so dem Hubschrauberlandeplatz hier ist nochmal der Scanner ja ja hören bin natürlich auch ne Katze die kriegen wir als Mende so so mag ich jetzt nochmal versuchen und sage tschüss und bis zum nächsten Mal euer Vince Tendor